Die erste Frage, die man sich stellen sollte, betrifft den Verwendungsort des Tisches. Wollen Sie nur drinnen oder auch draußen spielen? Corneo bietet ein Indoor-Sortiment für das ausschließliche Spielen drinnen und ein Outdoor-Sortiment, um draußen oder drinnen zu spielen. Die Corneo-Tische für drinnen sind mit Spanplatten versehen. Diese Platten bieten ein besseres Abprallen und verfügen über ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie sind stoßfester als die Harzplatten für den Außenbereich, dabei aber empfindlicher gegenüber ungünstigen Witterungsbedingungen, Feuchtigkeit und Sonnenlicht. Die Tische haben eine 3-Jahres-Garantie und ihre Verwendung ist auf den Innenbereich beschränkt. Corneo Outdoor-Tische verfügen über laminierte Harzplatten und korrosionsfeste Materialien. Sie können das ganze Jahr über draußen bleiben, sind widerstandsfähig gegenüber Wasser, Schnee, Frost und Sonnenlicht. Die Outdoor-Tische sind für die intensive Nutzung drinnen wie draußen konzipiert. Für die Durchführung von Spielen sind die Outdoor-Platten genauso leistungsstark wie die Tischtennis-Spahnplatten, haben aber den enormen Vorteil der Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen, insbesondere gegenüber Schlägern. Die Corneo Outdoor-Tische sind wirklich äußerst beständig. Deshalb haben sie Garantien für 10 Jahre. Um Ihren Tisch richtig auszuwählen, müssen Sie vier Kriterien entsprechend Ihren Bedürfnissen berücksichtigen. Die Platte, die Verriegelung, den Rahmen und das Gestell. Die Platte bestimmt die Qualität des Abprallens bei einem Tischtennistisch. Ob Spahn oder Harzplatte, je stärker sie ist, desto höher und regelmäßiger ist das Abprallen. Die Tische für den Innenbereich sind in drei Stärken erhältlich, von 19 bis 25 mm. Die Tische für den Außenbereich existieren in fünf Stärken, von 5 bis 9 mm. Um in der Sonne zu spielen, ohne geblendet zu werden, haben alle Tischplatten für den Außenbereich zwei Arten von Antireflexbeschichtungen, Softmat und Mat-Top. Die Softmat-Beschichtung reflektiert das Sonnenlicht dreimal weniger. Diese gibt es auf Modellen der Produktpalette für den Outdoor-Sport. Die Mat-Top-Beschichtung reflektiert das Sonnenlicht zehnmal weniger. Diese gibt es auf Modellen der Produktpalette für den Leistungsbereich und für Gemeinschaftsanlagen im Außenbereich. Die Platten der Corneo-Tische sind in Blau, Grün und Grau je nach Modell erhältlich. Corneo hat ein patentiertes Aufbewahrungssystem entwickelt, die Kompakt-Technologie. Dieses System sorgt für ein optimales Sicherheitsniveau, für einfache Handhabung und eine geringe Stellfläche. Was die Verriegelung betrifft, gibt es zwei Systeme – Push & Lock und DSi. Beim Verriegelungssystem Push & Lock wird das Öffnen und Schließen über acht dezentrale Verriegelungspunkte bedient. Dank acht Knöpfen an den Tischseiten kann die Handhabung durch eine Person erfolgen. Das System Push & Lock gibt es bei den Modellen 100 und 150. Beim DSi-Verriegelungssystem erfolgt die Bedienung des Öffnens und Schließens zentral für 16 Verriegelungspunkte. Dies ist die höchste Sicherheitsstufe auf dem Markt. Dank Griffen unter der Platte kann die Handhabung durch eine Person erfolgen. Das DSi-System gibt es bei den Modellen 250, 300, 400, 500 und 700. Je höher der Rahmen, desto besser ist die Ebenheit der Platte. Die Rahmen unserer Tische reichen von 30 bis 80 mm. Sie bestehen alle aus Stahl-, Zink-, Aluminium-Legierungen, die eine perfekte Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Die Regulierung der Gestellhöhe gewährleistet die Stabilität des Tisches auf unebenen Böden. Je breiter die Füße sind, desto stabiler steht der Tisch. Ein breiter Fuß sinkt draußen weniger in Böden wie Kies oder Rasen ein. Je nach Modell verfügen die Korneotische über unterschiedliche Ausstattungen, die das Spielen, das Verschieben und die Lagerung erleichtern. Schutz an den Tischecken garantiert die Sicherheit von Kindern. Ballspender für komfortable Spielfolgen. Zentrale Ablagemöglichkeiten für Schläger und Bälle. Von Hand umzuklappende oder automatische einziehbare Netze, um Platz zu sparen. In Höhe und Spannung einstellbare Netze. Feststellbremsen, um den Tisch während des Spiels und beim Einlagern zu stabilisieren. Griffe zum Anheben des Tisches bei Hindernissen wie Treppenstufen oder Türschwellen. Alle unsere Tische für den Außenbereich verfügen über sehr große Doppelrollen, um das Verschieben unabhängig vom Boden zu erleichtern. Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Ihnen dabei hilft, Ihren Tischtennistisch auszuwählen. Besuchen Sie unsere Internetseiten, um dort unsere vollständige Produktpalette kennenzulernen. Auf unserem YouTube-Kanal können Sie außerdem weitere Modelle und Videotutorials entdecken.